Hallo, hallo Herrchen, kannst du dich jetzt mal ein bisschen beeilen? Ja, also wenn mein Freundin schon da ist, dann kriegt hier alles drinnen und drinnen. Ja, aber mein Herrchen hat gesagt, das wäre bei einer Männer-WG so normal. Mhm, hat er gesagt, okay, ich weiß nicht, was der normal findet. Wenn ich hier stehen muss, muss ich ihn anwenden, damit er mich endlich rauslasst. Also wenn er jetzt nicht hinmacht, und dann mache ich Pipi hier in die Wohnung. Ja, dann hat er den Salat, dann lernt er endlich, wenn ich spelle, dass ich raus muss. Obwohl, er müsste es ja wissen, ich bin ja schon lange genug hier, der Hausherr, ne? Ja, okay, er kommt um die Eck. Dann muss ich jetzt ganz schnell die Treppe runterfetzen, damit er weiß, was gerade hier ich will. Ja, also ich wünsche euch alle ein schöner Tag, ne? Und tschüss, euer Merlin. xxxxxxx...